Hallo liebe Krebse, herzlich willkommen bei Löwenherz Lennemort zu den euren Wochenenergien vom 14.11. bis zum 21.11. Womit setzt ihr euch auseinander, was für Energien kommen da auf euch zu? Das schauen wir jetzt mal ganz kurz hier mit drei Karten. Und der Rat des Universums. Der Rat des Universums für die Krebse in dieser Woche. Also es geht hier um Auseinandersetzung, um Streit, um Diskussionen. Und da geht es ziemlich hoch her in dieser Woche. Mit dem Fünf der Schwertern ist einfach angezeigt, es gibt hier keine Sieger. Ja, manchmal ist es dann gut einfach zu gehen, ja, weil man redet sich hier in Rage und das führt zu gar nichts. Und es geht hier wirklich, glaube ich, sehr barsch zu, ja. Der Rat des Universums, du bist in Sicherheit. Also lass dich nicht verunsichern in dieser Woche, wenn einer hier verbal dich attackiert, so muss man das schon sagen. Verlass die Situation und dann kann dir auch nichts passieren. Es sind letztendlich nur Worte. Musik Untertitelung des ZDF, 2020